Mal an hier noch aufzunehmen und dann mache ich das Video aber auch noch ein bisschen, die Slides ein bisschen größer. So, ihr seht alles, die Slides für heute sind auch verfügbar, hoffentlich in halbwegs aktuellster Variante. Wie immer gilt meine herzliche Einladung, diese Slides brutalst zu kuratieren, alles rauszuwerfen, was euch nicht so wichtig erschien oder umzusortieren, neu zu orientieren. Diese Auseinandersetzung mit diesen PDF-Slides, dazu kann ich immer nur wieder einladen. Das ist eigentlich der eine große Vorteil, den man hat, denke ich, dadurch, dass man die PDFs hat. Also, wo sind wir denn eigentlich? Ich brauche schnell meine Kontrolle, die ist hier. So, wir sehen hier jetzt ein bisschen unseren Fahrplan für das Semester und hier beginnt heute, naja, manche würden sagen, das Herzstück dieser Veranstaltung, nämlich etwas, das ich mal als fully multivariate bezeichnet habe und später kommt auch mal ein Slide, da nenne ich das mal Multivariat im engeren Sinne. Also, das Wort Multivariat wird sehr, sehr lose verwendet und manchmal fälschlich eigentlich auch von mir oder von normalen Benutzerinnen und Benutzern als alles, was irgendwie mehrere Variablen beinhaltet. Multivariat im engeren Sinne heißt aber, ich habe wirklich mehrere Variablen, die ich eigentlich erklären will. Ich habe also nicht nur eine Variable y, ein Vektor y, wenn ihr mal von hier zurück bis in Oktober schaut, waren eigentlich alle Szenarien, die wir angeschaut haben, solche Szenarien mit einer gemessenen Variable, die irgendwie aufgeklärt werden soll. Wir haben alle möglichen Schikanen schon kennengelernt, wir können auch damit umgehen, wenn die Variable mittlerweile, wenn das Zähldaten sind oder wenn das binäre Daten sind, aber es war trotzdem immer eine Variable. Multivariat im engeren Sinne heißt, ich habe nicht nur mehrere Variablen x, die ich so als Regressoren, als Prädiktoren heranziehe, sondern ich habe auch noch mehrere Variablen y, die ich aufklären will. Das ist das eigentlich Neue. Was dabei möglich wird, kann man sagen, ist, dass man sogenannte latente Variablen betrachtet oder manchmal spreche ich auch von latenten Strukturen in unseren Daten, die wir uns angucken wollen. Im Prinzip geht es mir heute um folgende Grundidee. Psychologinnen und Psychologen kennen eigentlich die Idee von latenten Variablen, glaube ich so. Latent versus Manifest, das kennt man aus dem ersten Semester fast schon. Und das ist auch so einer unserer wohl geschätzten Termini, die wir so vor uns hertragen als Psychologen. Wir messen eben nicht, aber wir arbeiten mit latenten Variablen. Und was wir uns heute angucken mit dem Handwerkszeug der Regressionsanalyse des linearen Modells, ist zu sagen, naja, eigentlich ist eine latente Variable nichts anderes als eine Linearkombination, das kennen wir aus der Regressionsanalyse, als eine Linearkombination dessen, was wir gemessen haben. Wir drücken eine latente Variable einfach aus als eine Linearkombination. Und wenn wir das können oder wenn wir die Idee verstanden haben, dann könnten wir verrücktere Sachen machen und drei verrückte Sachen, sozusagen, stelle ich heute wirklich nur kurz vor. Das sieht teilweise wild aus, aber uns geht es jeweils immer nur um die Grundidee. Es geht nie um die eigentlichen Algorithmen, mit denen diese Verfahren wirklich geschätzt werden. Das würde diese Klasse hier oder diesen Kurs sprengen. Ich möchte über die kanonische Korrelation kurz sprechen, über etwas, was man die praktische Schwester der kanonischen Korrelation bezeichnen könnte, nämlich die Partial Least Squares. Und zum Schluss, so ein bisschen als Ausblick auf die Faktorenanalyse, ein bisschen grundlegender über die Principle Component Analysis sprechen. Was all diese Verfahren gemeinsam haben, das sage ich auch gleich vorneweg, ist, sie suchen nach Strukturen in den Daten. Schaut euch mal dieses kleine Beispiel an hier. Das ist jetzt Gestaltpsychologie, sozusagen. Da wiggelt irgendwas über der Wasseroberfläche umher. Wie viele Tiere sind da eurer Meinung nach, wie viele Tieren schauen wir da gerade zu? Einem, zwei, drei, vier? Wenn man steht, denkt man eins, aber wenn man sie sehen, nicht zwei. Denkt man irgendwie zwei. Was haben sie mit ihrem Auge gemacht? Sie haben letztlich Kovarianzen, Korrelationen gebildet. Sie haben sich angeschaut, wer kovariiert mit wem. Und dann war es so, dass der Kopf immer mit diesem Mittelteil so kovariiert ist, sozusagen. Und daraus haben sie geschlossen, oder daraus kann man zurechtschließen vielleicht auch, dass es ein Tier ist. Wie ist es hier? Da ist es eindeutiger, dass es vielleicht irgendwie so eine Struktur ist. Und das Bild, was sie hier sozusagen... Achso, und dann haben wir noch das Szenario. Entweder eine irre bewegliche Schlange, sozusagen. Oder vielleicht doch eher drei unabhängige, keine Kovarianz miteinander aufweisenden Wesen, sozusagen. Und hier kann man auch mal sagen, im Prinzip ist es sozusagen, ohne jetzt allzu tiefenpsychologisch zu werden, das, was so unter dem Wasser ist, sozusagen das Latente. Und das, was über dem Wasser sichtbar ist, das Manifeste, das, was wir gemessen haben. Das ist die Idee hier. Und die Idee ist natürlich, dass in unseren Daten, die wir so messen, Manifeste, Variablen, hier gezeigt in grünen Kästchen, die Unterscheidung ist euch hoffentlich geläufig, dass man auch ganz generell als Konvention gerne Manifeste, also gemessene Variablen in solchen kleinen Quadraten anzeichnet, in solchen Graphen, und Latente, nicht gemessene in Kreisen, sozusagen. Das ist eine Konvention, an die sich fast alle halten. Ausnahme für die Regel zum Beispiel die Directed Acyclic Graphs, über die wir schon ganz viel geredet haben. Da gab es auch ganz viele grafische Darstellungen, da war das alles rund. Aber da sieht man schon, dass die DAGs wohl ein bisschen aus einer anderen Tradition kommen. Die lassen wir mal noch ein bisschen zur Seite. Also, hier ist letztlich die Frage, gibt es eine gemeinsame Struktur, wenn ich drei Variablen gemessen habe. Und ich kann mir das, wie kann ich so drei Variablen mir auch mal darstellen? Was haben wir uns da angeschaut? Wir haben zum einen natürlich die klassische Art des sogenannten Variable Space. Also, die Variablen spannen selbst jetzt mal eine Art Raum auf. Und dann könnte es natürlich so sein, dass die drei Variablen, x, y und z, die ich gemessen habe, wirklich unabhängig voneinander sind, orthogonal zueinander stehen. Wenn das so ist, dann ist alle Arbeit mit latenten Variablen, alles, was wir heute eigentlich machen wollen, schon am Ende. Dann geht das eigentlich alles nicht. Weil dann wissen wir schon, die sind eben unabhängig voneinander. Sie besitzen in dem Sinne keine gemeinsame Struktur. Was aber, wenn diese Variablen, jetzt sehe ich gerade das, was ich hier eigentlich zeige, ja eher eigentlich ein Subject Space ist. Entschuldigung, also ich habe ja eigentlich die Variablen als Vektoren repräsentiert. Das war jetzt in dem Bild ein bisschen irreführend hier gerade. Aber im nächsten ist es deutlich, dass wir eigentlich über einen Subject Space sprechen. Sprich, wir haben drei Variablen, drei Vektoren. Die Idee ist uns im Prinzip vertraut jetzt hoffentlich, zu sagen, ich kann mir diese drei Variablen als drei Vektoren darstellen. Und hier, andere Sachlage, ist es ja schon so, dass die irgendwie so in eine gemeinsame Richtung zeigen. Man kann sich also eigentlich ganz gut vorstellen, dass eine Art gemeinsamer, resultierender Vektor für alle drei Variablen schon irgendwie vorhanden ist. Ich könnte den mal vielleicht etwa so hier einzeichnen. Ihr könnt euch gerne, wenn ihr wollt, auf dem Slide noch eine Variable W oder Y, eine Y haben wir schon, oder U oder sowas noch einzeichnen, die zum Beispiel hier nach hinten zeigt. Ja, vergesst nie, dass es immer auch negative Korrelationen geben kann, was im Sinne einer Kovarianz aber natürlich genau das gleiche bedeutet. Also wenn wir hier noch eine Variable U hier unten hätten, dann könnte die genauso schön mitrepräsentiert werden durch so eine gemeinsame, latente Variable. Das ist also die Grundidee, auf der ich so mehrfach heute rumreiten werde, dass latente Variablen auch nichts, wie soll ich sagen, nichts Magisches, wie ich manchmal sage, sind, sondern die kann es geben, die kann ich auch beziffern, solange ich genug manifeste Variablen habe und dann kann ich als deren, als eine gewichtete Summe aus diesen gemessenen Variablen eine latente Variable ausdrücken, als Linearkombination. Vielleicht nur für uns als Psychologinnen und Psychologen kurz nochmal. Latent, Manifest spielt in der Psychologie eine sehr große Rolle und hier kann man ein paar Terminologien vielleicht noch zusammenbringen. Man kann sagen, oft ist so die Idee, dass die latenten Strukturen oder die latenten Merkmale, so denken wir als Psychologinnen oft drüber nach, das Gemessene hervorbringen sozusagen. Also ich sitze da, ich komme mit meinem Fragebogen und lege dir ein paar Items vor und dann denke ich mir aber, dass das nur ein verrauschter, irgendwie mit Messfehler behafteter Abdruck deines wahren Empfindens oder deiner wahren Leistungsfähigkeit zum Beispiel auch ist oder deiner wahren Intelligenz. Wir haben also so ein latentes Merkmal, was quasi im Sinne, ein bisschen technisch ausgedrückt, aber das sind typische Worte, die man dafür in anderen Disziplinen verwenden würde, die man als Forward Model bezeichnen könnte. Die latente Struktur bringt die Manifesten hervor oder auch als generatives Modell. Wir können unter uns auch ruhig mal sagen, die latente Struktur verursacht die Manifesten. Das wären also irgendwie, das steht hier nur nochmal drauf, damit es mal irgendwo steht, latent versus Manifest. Das wäre also irgendwie so eine Richtung sozusagen. Zum Beispiel in der Testentwicklung spielt es ja eine Rolle, wenn ich sage, da frage ich eigentlich, wie projiziert ein latentes Merkmal auf die Items, die ich mir jetzt ausgedacht habe. Wie drückt sich das da drin aus? Das sprechen wir dann nach Weihnachten noch ein bisschen, wenn wir kurz mal die Faktorenanalyse streifen. Da sehen wir auch diese gedachte Wirkrichtung sozusagen. Umgekehrt kann ich aber natürlich auch sagen, ich kann auch so eine Art Rückwärtsmodell oder Backward Model machen. Mit den Mitteln des linearen Modells letztlich. Ich kann ja auch sagen, gibt es denn für ein paar gemessene Variablen, ein paar Manifeste, überhaupt eine zugrunde liegende Struktur oder ein zugrunde liegendes latentes Merkmal? Und was ich da jetzt so versucht habe ein bisschen auszudrücken, in der gedachten Wirkrichtung, das zieht sich auch ein bisschen durch die Verfahren, die man mit latenten Variablen so trifft und die verwendet werden. Die haben teilweise eben dahingehend unterschiedliche Annahmen. Man kann mal ein bisschen verkürzt sagen, in welche Richtung die Pfeile gedacht werden. Wenn wir also bei dem Grundmodell bleiben, einige Manifeste-Variablen XYZ. Eine latente Variable, die habe ich mal jetzt hier auf diesem Slide ETA genannt. Einfach nur, damit sie mal einen griechischen Buchstaben hat, weil sie irgendwie so unbekannt und zugrunde liegend ist. Und um dem Gewicht zu verleihen, habe ich sie ETA genannt. Warum habe ich sie aber vielleicht auch noch ETA genannt? Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass wir ja gerade gesagt haben, die latente Variable ist eigentlich eine Linearkombination aus den Manifesten-Variablen. Und das passt dann zu dem, was wir bisher im linearen Modell schon so gesprochen haben. Da haben wir manchmal gesagt, diese Linearkombination aus Regressoren, die haben wir auch als linearen Prädiktor bezeichnet. Der hieß auch ETA. Das passt hier ganz schön. Also, jetzt kann man sagen, ist es so, dass wir eigentlich nur fragen, gibt es überhaupt eine latente Variable? Kann ich eine latente Variable finden oder mehrere latente Variablen? Dann sind die Pfeile im Prinzip von den Manifesten zur latenten Variable hin. Das wäre so das, was wir heute besprechen wollen. Da spielen also die Verfahren Hauptkomponentenanalyse, PCA, eine wichtige Rolle. Da spielen die Verfahren kanonische Korrelation oder wirklich, wirklich irreführend benannt, die Partial Least Squares eine Rolle. Dazu später mehr. Das heißt aber auch, wir haben hier gar keine Hypothese so richtig über die zugrunde liegende Struktur, sondern meistens sind das hier letztlich, man könnte sagen, Probleme der Data Science auch, des Explorierens von Daten, des Schauens. Kann ich vielleicht irgendwie was gewinnen? Kann ich mir mein Leben einfacher machen, wenn ich statt so vielen manifesten Variablen mit weniger latenten Variablen arbeite? Das ist die Idee hierbei. Und die ist schon fundamental anders, wenn man, achso, ein Wort dazu noch, was hier nicht steht, das könntet ihr hier auch groß draufschreiben. Man könnte sagen, das sind eigentlich alles struktursuchende oder von mir aus auch strukturfindende Verfahren. Die fragen, ist da eine Struktur? Und dann gibt es aber die eher strukturprüfenden Verfahren, so möchte ich sie schon mal doch nennen, auch wenn wir hier ein Tierchen dabei haben, die sogenannte exploratorische Faktorenanalyse, die eigentlich sozusagen, klingt ja auch so exploratorisch, aber es ist trotzdem auch eine Faktorenanalyse. Und sie geht davon aus, und das sind quasi, was jetzt hier gezeigt ist, sind die klassischen Strukturgleichungsmodelle, sind die Faktorenanalysen, wo man eigentlich sagt, die Latente, also das war das, was ich vorhin als Vorwärtsmodell bezeichnet habe, die Latente Variable bringt das Gemessene überhaupt erst hervor. Also Eta, die Pfeile gehen sozusagen von der latenten Variable zu den manifesten Variablen. Und wir haben dann oft auch relativ spezifische Hypothesen darüber, wie viele Variablen, latente Variablen dort sein sollen, wie diese latenten Variablen sich untereinander, zueinander verhalten sollen. Das also vielleicht nur nochmal als Gegenüberstellung, struktursuchend, strukturprüfend. Ich habe ja gesagt, dass die Latenten, die man ja nicht mehr verhalten sollen, aber das ist immer noch nicht fantastisch. Nee, das sehen wir dann nach Weihnachten spätestens und heute auch schon ein bisschen. Ich muss ja nicht nur eine latente Variable haben. Auf dem Bild habe ich ja nur eine, aber das kann ich jetzt beliebig erweitern. In der Faktorenanalyse zum Beispiel, das kennen Sie vielleicht aus dem Grundstudium noch, habe ich mehrere Faktoren. Das sind solche latenten Variablen und ich frage dann, sind die zum Beispiel unabhängig von der anderen? Aber Sie machen da einen guten Punkt. Wir wollen nämlich, da möchte ich jetzt eigentlich auch nochmal hin, dass Sie sagen, was kennen wir denn schon? Bleiben wir mal wirklich auf dem, was auf dem Slide dann jeweils auch zu sehen ist. Wenn ich ein ganz einfaches Regressionsmodell aufschreibe, wie wir es kennen, mit einer x-Variable und einer y-Variable, dann wie würde die Struktur sozusagen dort aussehen? Da müssen wir erstmal sagen, auf den ersten Blick gibt es da gar nichts Latentes. Auf den ersten Blick ist es einfach y und x. Hier mal andersrum, auf den meisten Kausalitätsvorlesungen war es genau andersrum. Aber man kann natürlich sagen, das könnte die Struktur sein, wenn alles gut geht, ist es oft auch so, zum Beispiel in einem klassischen Experiment, dass Treatment x verursacht den Outcome y. Das könnte so rum sein, genau. Aber die große Warnung hier auf dem Slide ist genau, dass natürlich, das wissen wir jetzt, wir sind geimpft bezüglich der Kausalität durch vier Vorlesungen. Wir wissen nur, weil jemand hergeht und dieses Kästchen hier so malt, heißt es jetzt nicht zwangsläufig, dass es hier wirklich eine Kausalität garantiert ist. Wenn ihr also in den Vorlesungen heute und in der nächsten, wo wir über Strukturgleichungsmodelle und über Pfaddiagramme sprechen, wenn ihr dort solche Pfeile seht, dann müsst ihr akzeptieren, dass die nicht so scharf, kausal gemeint sind, wie wir das eigentlich jetzt aus den Directed Acyclic Graphs gewohnt sind. Man kann sich das eher vorstellen im Sinne einer Regressor-Outcome-Beziehung oder einer, also wer ist der Prädiktor und wer wird prädiziert sozusagen, aber mit Kausalität wäre ich in Strukturgleichungsmodellen per se, wie wir sie eigentlich schon ab heute so ein bisschen betrachten, oder in Modellen mit latenten Variablen wäre ich vorsichtig. Das ist also mehr so ein Warn-Slide. Lasst uns aber mal bei diesem ganz einfachen Szenario bleiben mit zwei Variablen. Eigentlich heißt die Gleichung ja so, dass wir gesagt haben, y setzt sich zusammen aus einem linearen Prädiktor, beta mal x, oder x mal beta, plus y. und da sieht man vielleicht schon, dass eigentlich y durchaus eine latente Variable ist. In so einem Modell, in so einem einfachen Regressionsmodell gibt es eine latente Variable, nur eine, über die wir meistens nicht so viel reden, nämlich der Fehler y. Der ist eine latente Variable und das seht ihr dann nächste, also nächste Woche ist das ja nicht, sondern in drei Wochen nach Weihnachten, wenn wir uns so ganz klassische Strukturgleichungsmodelle und ihre dazugehörigen Pfaddiagramme anschauen, da seht ihr oft so ganz kleine Epsilons rund um jede Variable, auch oft auch bei den Manifesten, weil man sagt, dort sind eigentlich auch nicht beobachtete latente Messfehler sozusagen. Es sind auch latente Variablen. Ich möchte euch jetzt so relativ früh mal eine Taxonomie einfach hinknallen sozusagen. Warum spreche ich gerade manchmal von Strukturgleichungsmodellen und manchmal von Modellen mit latenten Variablen? Man kann sich versuchen, diesen ganzen Urwald aus Methoden, auch viele, die ihr schon kennt, so ein bisschen zu arrangieren, dass man sagt, naja, eigentlich, haben wir gerade gesehen, in Regressionsmodellen einfaches hat auch schon so was von einem Strukturgleichungsmodell, dahingehend, dass es schon mal auch eine latente Variable drin hat und Manifeste-Variablen. Man könnte also, manche Leute machen das, vor allem die, die viel mit Strukturgleichungsmodellen arbeiten, die würden die sozusagen an den Start sozusagen stellen, würden sagen, eigentlich sind fast alle Verfahren, die wir kennen, kann man betrachten als Strukturgleichungsmodelle. Und dann gibt es eben halt eine Riesenfamilie, die hat keine latenten Variablen sozusagen. Und das ist hier angezeigt. Das ist im Prinzip das, was wir so im Bachelor gemacht haben. Multiple Regression, ANOVA, Korrelation. Und wenn man will, sind das alles, gehören die alle zur Familie der Pfadanalysen? Oder man kann sie auffassen als Spezialfälle der Pfadanalyse oder einfache Fälle. Und Pfadanalyse im engeren Sinne sind also solche Analysen, die ohne latente Variablen auskommen oder die nicht latente Variablen groß modellieren, explizit. Wir haben dann auch das, was wir eben nach Weihnachten mehr besprechen wollen, noch kurz die Faktorenanalyse zum Beispiel. Die kennen wir als Psychologinnen auch. Die ist ganz klar ein Strukturgleichungsmodell. Dort gibt es latente Variablen, die sind das Zentrale, von zentralem Interesse, deren Wirkung, sage ich mal, auf das Gemessene, auf die Manifestenvariablen. Da gehen die Pfeile von den latenten Variablen zu den Manifesten. Das werden wir uns dann noch anschauen. Und damit habe ich euch letztes Mal schon bei der logistischen Regression mal kurz geärgert, durch schiere Erwähnen. Es gab ja auch noch die Testtheorie und es gab die sogenannten Item-Response-Modelle. Und in denen, die kann man auch, wenn man möchte, als Strukturgleichungsmodelle auffassen. Wird nur oft nicht so explizit gemacht. Also Pfadanalyse und alles, was wir aus Bachelor kannten, ohne latente Variablen oder zumindest werden sie nicht explizit modelliert. Und hier Item-Response-Modelle haben als, wenn man so will, als latente Variable diese Fähigkeit des Probanden. Das ist das, was im Rush-Modell oder in den Item-Response-Modellen als latente Variable aufgefasst wird. Die kann ich nicht direkt messen. Und dann der dritte große Schenkel, sozusagen, den wir uns heute angucken wollen, die, ich nenne die mal traditionell, Multivariaten-Daten. Man könnte auch hier nochmal sagen, das sind die Struktursuchenden-Verfahren, über die sprechen wir heute vor allem. Das sind die Strukturprüfenden-Verfahren. Und die da drüben, die haben keine latenten Variablen, da passt das Wort nicht so. Und zunächst, als erste Idee für das Auffinden von latenten Variablen, möchte ich mit euch ein bisschen, nur ein bisschen, in die kanonische Korrelation reinschauen. Die steht jetzt mal hier im Mittelpunkt. Der nächste Slide, der ist ein bisschen falsch einsortiert. Tut mir leid, den hätte ich eigentlich, hätte ich jetzt davor schon stellen können. Da habe ich nämlich schon über ganz viel davon geredet. Das brauchen wir jetzt aber kurz, jetzt müssen wir es uns mal kurz explizit klar machen. Was wir jetzt betrachten wollen, im Folgenden, hat, guckt euch das mal kurz einfach so an. Ich kann auch gleich mal alles aufblenden, ist egal. Aber es geht eigentlich um diese Gleichung 1 und diese Gleichung 2. Wenn ihr euch die mal kurz anguckt, bitte. Dann solltet ihr feststellen, dass unter 1 nichts Neues steht. Das ist das gewohnte lineare Modell, wie es sozusagen in die, nicht hundertfach, aber sehr, sehr oft auf meinen Slides steht. In der einen oder anderen Version. Was ist jetzt unten anders? In 2 stehen eigentlich irgendwie dieselben Buchstaben. Verwirrenderweise kommt noch dazu, dass das kein B, sondern ein großes Beta ist. Und das kein großes E, sondern ein großes Epsilon. Was habe ich also gemacht? Ich habe das, was oben kleine Buchstaben waren, in große Buchstaben verwandelt und in große fettgedruckte Buchstaben. Warum habe ich das gemacht? Weil wir es jetzt auch dort, wo wir es vorher noch mit Vektoren zu tun hatten, es jetzt mit ganzen Matrizen zu tun bekommen. Also Y war ja bisher immer ein n mal 1 Vektor und ist jetzt, in den Fällen, die wir uns jetzt anschauen wollen, eine ganze Matrize. Also quasi als zweite Dimension nicht 1, sondern m. Und entsprechend passiert natürlich mit B oder mit Beta und mit Epsilon dasselbe. Ich habe nicht mehr ein Regressionsgewicht, was mir direkt... Oder ich habe nicht mehr... Was heißt hier? K heißt hier? Entschuldigung. Ich habe nicht mehr K-Regressionsgewichte nur, um meine K-X zu multiplizieren, sondern ich habe letztlich K mal M-Regressionsgewichte, denn ich muss ja für jeden... Irgendwie muss ich jetzt beschreiben, wie jeder Regressor X auf jede der Y-Variablen projiziert. Und das ist so ein bisschen... Und dieses... Das schauen wir uns jetzt an. Was da mögliche Antworten auf dieses Problem sind. Und eine erste mögliche Antwort gibt die sogenannte kanonische Korrelation. Die kanonische Korrelation ist deshalb nett, weil sie im Titel etwas trägt, was wir seit dem ersten Semester kennen, nämlich Korrelation. Und das ist nicht falsch, genau das wird passieren. Also ich kann schon mal sagen, im Kern passiert dann eigentlich wieder was ganz Einfaches. Sobald man mal diese komischen latenten Variablen gefunden hat, rechnet man einfach nur eine Korrelation zwischen zwei Variablen. Großartig, das kennen wir. Die Frage ist, wie kommt man zu diesen zwei kanonischen Variaten, so heißen die manchmal auch, die da jetzt korreliert werden sollen. Also wie war es denn in diesem Fall 1? Wenn es keine Matrix gibt für Y, sondern nur ein Vektor, dann ist es ja geometrisch betrachtet dieses relativ simple Problem. Eine Variable Y steht irgendwo in einem hochdimensionalen Raum umher und diesen hochdimensionalen Raum teilt sie sich mit zwei Variablen X1 und X2. Könnten auch noch ein paar mehr sein, aber mit zwei sieht man es eben gut. Diese zwei spannen einen sogenannten Subraum auf. Darauf können wir uns hoffentlich auch noch einigen oder das habt ihr schon mal gehört, das ist der Subraum µX. Der Begriff steht auch manchmal nachher noch auf ein paar anderen Slides. So, was wollen wir machen in der einfachen Regression? Wir wollen schauen, wie viel der Varianz in Y, also wie viel der Vektorlänge, kriege ich projiziert in diesen Raum. Ja, da seid ihr noch dabei. Das ist hoffentlich noch geläufig. Das könnte dann also irgendwie so aussehen. Y-Hut, ebenfalls eine Linearkombination dieser beiden X-Regressoren liegt dann da drin. Was ist jetzt, wenn wir nicht eine Variable Y haben, sondern, ich zeichne einfach mal eine ein, eine zweite Variable Y. Das X-Hut ist schon aufgeblendet, das noch kurz ignorieren, aber ich kann es auch einfach so machen. Jetzt können wir einfach mal sagen, kurz, äh, okay, äh, puh, okay, wir drehen das einfach mal um. Können wir machen. Wir behandeln mal kurz, was ist das, X2? Wir behandeln mal X2 als die aufzuklärende Variable und betrachten den Subraum, man könnte sagen, µY, den diese zwei Ys miteinander aufspannen. Na gut, und dann muss also der, der ist nicht Teil von dem Subraum, aber der muss da rein projiziert werden, dann mache ich eben das. Kann ich auch machen. Das sollte ja nicht fundamental anders sein. Ich regressiere also X2 auf Y1 und Y2. Und im Prinzip ist das auch schon die ganze Idee, dass jetzt, was hier jetzt für 2X und 2Y gezeigt ist und noch nicht vollständig gezeigt ist, aber irgendwie, dass das die Grundidee ist, dass ich sage, ich drücke alle Variablen aus diesem Satz X, Z, sagt man manchmal, aus diesem ZX quasi aus, als Linearkombination des ZYs. In dem Buch von Wiccans, was ja dieses Geometrie, unser Geometrie-Go-To-Buch ist, wenn wir da mal Fragen haben, ist es dann einfach mal so gezeigt. Der hat das jetzt wie zwei so Blätter gemacht, das ist ein rein grafischer Trick, um zu sagen, diese Räume sind natürlich hochdimensionaler. Wir hatten jetzt ja gerade nur 2X, dann ist es eine Ebene und 2Y, dann ist es auch eine Ebene, aber es könnten noch mehr X und noch mehr Y sein, dann sind es sozusagen solche, man nennt die manchmal auch Hyper-Ebenen oder Hyper-Plains. Was ich also mache ist, ich suche quasi, ja die heißen, steht das Wort hier drauf, muss ich kurz gucken. Ne, wir suchen quasi einen neuen Vektor und wenn ich sage neu, dann meine ich damit auch einen latenten Vektor. Den haben wir überhaupt nicht, den haben wir natürlich nicht gemessen, aber wir suchen einen Vektor, der quasi alles repräsentieren soll, was Y sozusagen hat, wenn ich, ne, Entschuldigung, muss ich aufpassen, hier, erstmal suche ich einen Vektor, der den Raum X sozusagen gut repräsentiert, der alle Vektoren X quasi so gut wie möglich repräsentiert und einen zweiten Vektor, der liegt im Subraum von Y, den nenne ich dann mal V, der quasi alles repräsentiert, was die Y-Variablen darstellen und wenn mir das gelungen ist, dann kann ich einfach sagen, dann nehme ich einfach die Korrelation dieser beiden Vektoren, die quasi stellvertretend, wenn man so will, stehen für den Subraum X und für den Subraum Y. An dem Spiel seht ihr ja jetzt auch schon, dass das nur funktioniert, was wir eingangs gesagt haben, wenn die ganzen X-Variablen untereinander eine gewisse Korrelation haben. Wenn die alle orthogonal aufeinander stehen, dann gäbe es keinen Vektor U, der diesen Raum gut repräsentieren kann und wenn die Ys alle orthogonal zueinander stehen würden, dann gäbe es auch keinen schönen Vektor V oder V, der die gut repräsentieren kann. Ja? Genau. Genau. Richtig. Das wäre erstmal einfach. Oder nicht einfach, aber das ist irgendwie eingängig, oder? Das kann man sich vorstellen. Wie gesagt, solange unter den X-Variablen eine gewisse Korrelation da ist und unter den Y-Variablen. Ich zeige euch mal ein Beispiel dafür mit so einem ganz klassischen Datensatz. Das ist jetzt aus MATLAB. In R gibt es auch viele so Datensätze. Ich weiß gar nicht, ob der Cars-Datensatz, der könnte sogar auch in R vorhanden sein. Der Car-Datensatz ist ganz lustig. Das ist so eine Art Autohändler-Datenbank sozusagen. Der enthält viele Variablen zu Gebrauchtwegen sozusagen. Und zwar, wie viele Kilometer sind sie gefahren, Displacement, wie viel PS haben sie, wie schwer sind sie. Das kann man, wenn man möchte, mal kurz als die X-Variablen auffassen. Die auch alle untereinander was miteinander zu tun haben. Und auf der anderen Seite Verbrauch und Beschleunigung. Das kann man sich vorstellen, wie sind die Output-Variablen von einem Auto als Y-Variablen. Also drei X-Variablen, zwei Y-Variablen. Das heißt, an dem Beispiel sehen wir was, was wir bisher nicht gesehen haben, aber was gut ist, sich klar zu machen. Ich muss keineswegs gleich viel X und gleich viel Y-Variablen haben. Es geht jetzt nur darum, dass ich mehr als eine Y-Variable habe. Das ist das Neue. Wenn ich nur eine Y-Variable hätte, dann verkürzt sich die kanonische Korrelation zu einem normalen linearen Modell, wie wir es kennen. Was jetzt hier gezeigt ist, ist etwas, was ja sozusagen fast auch wie eine positive Korrelation aussieht. Sieht ein bisschen kurvilinear aus, das ignorieren wir mal kurz. Was wir hier aber gerade anschauen, sieht also sehr vertraut aus, sieht aus wie ein Scatterplot, ist auch ein Scatterplot, aber der Scatterplot zwischen zwei latenten Variablen, nämlich der latenten Variable U und die ist eine Linearkombination aus ein bisschen Displacement, ein bisschen Horsepower und ein bisschen wenig Gewicht. Wenig hat halt mit der Einheit vom Gewicht zu tun, weil das wahrscheinlich in Tonnen oder sowas ist. Und hier auf der Y-Achse eine Linearkombination. Immer dran denken, latente Variablen, nichts anderes als Linearkombination von manifesten Variablen. Eine Linearkombination aus ein bisschen Acceleration, die geht hier ein bisschen negativ ein und Miles per Gallon, also Verbrauch in Litern sozusagen. Das macht die Variable V aus. Das ist erstmal sehr, sehr schön. Das ist unsere erste kanonische Korrelation quasi für ein, wenn man so will, wir haben angefangen mit einem Set von fünf Variablen. Zwei davon haben wir quasi als Outcome, als Y-Variablen uns vorgestellt oder behandeln sowieso, wollen sie erklären und drei behandeln wir als Regressoren, als X-Variablen. Und die werden sozusagen überführt in diese zwei latenten Variablen. So weit, so gut. Es lohnt an dieser Stelle, sich nochmal kurz diese Gleichung hier anzugucken. Wir hatten jetzt gesagt, Y kann also mehrere Variablen haben, X sowieso, aber dann werden diese Regressionsgewichte müssen irgendwie, gibt es eben kompliziertere. Und vor allem, worauf ich jetzt noch hinaus möchte, im Weiteren, in der kanonischen Korrelation, ist, dass die Fehler nicht mehr ein Vektor sind. Man kann auch sagen, wenn ich fertig bin mit meinem Modell, habe ich nicht nur noch einen Vektor übrig, sondern ich habe eine ganze Matrix übrig. Was ist da los? Das muss man uns vielleicht, da brauchen wir vielleicht auch die Tafel sonst nochmal kurz, um uns das vorzustellen. Nachdem ich ein Paar, man kann auch sagen, ich habe gerade mein erstes Paar an kanonischen Variaten, nennt man die manchmal auch, identifiziert. Ich habe quasi U und V identifiziert und warum habe ich jetzt einen ganzen Satz von Residualvariablen übrig quasi? Das müssen wir uns vielleicht klar machen. Da muss ich mal kurz, das sieht man dann im Video nicht so gut, aber das kann ich sonst nachher noch mal in der Grafik einbinden. Seht ihr das? Könnt ihr mir das sagen, wie das aussieht? Was passiert denn da? Warum haben wir jetzt nicht eine Y-Variable, sondern eine ganze Matrix? Ja? Ich kann mir vorstellen, da ja immer der Fehler ist der kürzeste Weg auf das Y-Variable und dann habe ich ja mehrere. Ich habe ja nicht einen Backstruck gehört, sondern mehrere. Genau. Also ich mache mal kurz einfach nochmal irgendein Szenario mit drei X-Variable und dann in einer anderen Farbe, ich weiß nicht, ob ihr rot zählt, zwei Y-Variable. Normalerweise, nochmal denkt an den einfachen Fall, wenn ich quasi Y in diesen Raum projiziert hätte, den die X miteinander aufspannen, dann hätte ich das so runter projiziert und dann hätte ich also einen, dann hätte ich Y-Hoot gehabt und dann hätte ich genau diesen, hier jetzt zeichnen den mal kurz so ein, nur damit du es siehst. das wäre eigentlich quasi der, die Fehler, ich schreibe da mal hin, von Y2 gewesen, wenn das eine einfache Regression gewesen wäre. jetzt haben wir aber umgekehrt quasi das Szenario, dass wir das auch noch für Y2 natürlich machen und da könnte ich auch noch einzeichnen. Aber wir machen ja eigentlich, wir müssen kurz ein bisschen mehr ausholen, glaube ich noch, also zumindest, ich weiß nicht, ob ihr es, ihr seht es vielleicht jetzt gerade schon vor eurem inneren Auge besser als ich, aber wir haben ja eigentlich gesagt, da brauche ich jetzt, bräuchte ich eine dritte Farbe, da wird es immer, es wird immer gleich sehr, sehr bunt, wenn man multivariante Statistiken macht. Muss aber kein Fehler sein. Gelb hätte ich noch. Oder ich nehme, nee, ich nehme blau, weil das ist aber auch schlau. Tschüss. Also wie ist es jetzt? Wir haben gesagt, das können wir auch mal einzeichnen. Wir hatten gesagt, das ist ein Vektor U, der repräsentiert irgendwie diese X-Variablen und dann hier gibt es einen Vektor V. Genau, so kann man es sich nochmal vorstellen. Und die Korrelation zwischen denen, der Winkel zwischen denen, das ist ja eigentlich die kanonische Korrelation. Aber wir haben natürlich hier sozusagen die Beziehung quasi, da sieht man auch, dass es quasi jetzt schon, egal wie rum ich drauf schaue, mehrere Fehler gibt. Also wenn ich frage, wie viel von X1 wird denn durch U erklärt, dabei bleibt ein Fehler übrig. Aber wenn ich auch sage, wie viel von X1 wird denn von V erklärt, dabei bleibt auch ein Fehler übrig. Es ist einfach nicht, ich bin nicht mit einmal fertig. Das ist aber deshalb total abgefahren, weil ich dann eigentlich sagen kann, Achtung, dann kann ich nämlich sagen, danke, U1 und V1 sind gefunden, kanonische Korrelation ist so und so. Aber jetzt beginnt das Spiel eigentlich von vorne. Weil, wie sieht mein Residuumraum aus? Also die Orientierung weiß ich jetzt nicht genau, aber ich kann sicher sagen, dass ich einen, einen, dass ich etwas habe, was ich von X1 nicht erklärt habe, ich habe irgendwas, was ich von X2 nicht erklärt habe, ich habe auch irgendwas, mag es bewusst mal kurz irgendwo anders hin, was ich von X3 nicht erklärt habe und ich habe auch noch irgendwas, was ich von Y1 nicht erklärt habe und ich habe auch noch irgendwas, was ich von X2 nicht erklärt habe. So, stimmt's jetzt? Das heißt, ich hatte mal 5 Variablen und dann mit 5 Variablen angefangen. Jetzt bin ich fertig, ich habe immer noch 5 Variablen. Das ist, sagen wir mal, etwas ermattend. Ja, vielleicht das richtige Wort. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Tabachnik und Fidel, ja, also mathematisch ist das genauso. Ich kann jetzt wieder anfangen und kann fragen, gibt es denn ein zweites Paar kanonische Variaten? Man könnte die dann mal U2 und V2 nennen, sozusagen für den zweiten Durchgang. Gibt es hier wieder welche? Wenn übrigens das Szenario vielleicht so ist, wie ich es gerade beschrieben habe hier, mehr zufällig als sonst was, dann könnte man sagen, vielleicht gibt es keine großen resultierenden Vektoren mehr. Vielleicht sind die zum Beispiel die 3X jetzt so, dass es da nur noch so ein kleiner resultierender Vektor U2 übrig bleibt und für Y auch nur noch so ein kleiner. Also ganz Null wird der wahrscheinlich nie werden, aber vielleicht ist es so, dass quasi die gesamte Vektor, die ganze noch aufzuklärende Variante, wenn man so will, die übrige Vektorlänge in diesem ersten Set von resultierenden nicht mehr so beeindruckend ist. Man braucht jetzt also wahrscheinlich, da kürze ich das dann auch ab, man braucht letztlich so eine Art Signifikanzbeurteilung, so eine Art F-Test, um zu sagen, ja gut, wie viel Varianz steckt denn da jetzt noch drin? Und man möchte natürlich eigentlich so ein Szenario, wie wir bei den Autos hier gesehen haben, wo eine gute Varianzaufklärung durch die ersten beiden kanonischen Variaten schon da ist. Das sind die Fälle, die ihr dann auch, sagen wir mal, publiziert seht. Dass die Leute sagen, jetzt habe ich was verstanden über meine Daten, jetzt habe ich echt eine Reduktion herbeiführen können, weil ich eigentlich die fünf Variablen sehr schön als eine Korrelation von zwei latenten Variablen ausdrücken kann. Das wäre quasi das, was nett wäre. Tabachnik und Fidel haben dazu den wirklich, also die haben die, das ist das beste Treatment, wenn ihr uns nachlesen wollt, macht es bei denen. Das gilt übrigens, glaube ich, für den ganzen, für die ganze Sitzung heute, das ist die Tabachnik und Fidel-Kapitel zu Canonical Correlation und zu, vor allem nachher auch noch zur PCA, die sind, glaube ich, die besten. Auf jeden Fall schreiben die den schönen Satz, Canonical solutions are often mathematically elegant, but uninterpretable. Das heißt, du hast da nicht so irre viel gewonnen. Das willst du eigentlich nicht. Du willst eigentlich, durch alles, was wir heute machen, wir suchen ja Strukturen. Und wenn uns dann jemand daherkommt und sagt, naja, da gibt es mathematische Strukturen, aber die helfen uns nicht beim Verstehen unseres Problems, dann ist es eben auch nicht so sinnvoll. Ein bisschen für meinen Geschmack, ein bisschen eingängiger, aber potenziell vielleicht trotzdem fast ein bisschen verwirrender, ist die sogenannten Partial Least Squares. Und die wollte ich euch jetzt noch zeigen. Die zeige ich euch, die habe ich neu ins Programm aufgenommen, die ich früher nicht gezeigt. Die zeige ich, weil ich glaube, dass sie eine größere praktische Relevanz haben, dass sie euch wahrscheinlicher in Papern begegnen. In der klinischen Psychologie genauso wie in der Neurowissenschaft oder also in den Sozialwissenschaften generell, so Bildungsforschung, so weiß ich es nicht so genau, aber in der Ökonometrie auch. Partial Least Squares sind eigentlich ziemlich, sagen wir mal, ziemlich beliebt zurzeit. Die Grundidee bleibt sehr, sehr ähnlich. Wir können festhalten, das, was wir hier gerade gesehen haben, diese Idee zu sagen, einen Satz Variablen durch einen latenten Satz, einen kleineren Satz latente Variablen zu repräsentieren, das bleibt genau gleich. Der Name Least Squares, ich zeige euch mal den nächsten Graph, der ist leider nicht animiert, deshalb kommt es so, bam, alles auf einmal. Aber ich zeige euch dann, versuche euch durchzuleiten, durch das, was ich daran wichtig finde. Also erstmal ganz von oben rein. Manche Leute nennen Partial Least Squares auch Projection to Latent Structures, was ich ganz süß finde. Da saß wahrscheinlich jemand vor diesem Kürzel PLS und fragte sich, was heißt PLS nochmal und hat sich eigentlich dann die bessere Abkürzung dafür überlegt. Also das ist eigentlich das, was wir hier machen. Wir projizieren auf latente Strukturen. Partial Least Squares ist echt nicht so irre hilfreich, weil das erinnert uns zu stark an Generalized Least Squares oder Ordinary Least Squares. Und das, was partial ist an den Least Squares, ist eigentlich nur das, was immer meiner Meinung nach partiell ist bei so einer Vektorprojektion. Du hast immer nur bei einer Zerlegung von Varianz immer einen bestimmten Teil, den du projizierst, in dem Fall auf eine latente Variable und einen bestimmten Teil, den du halt dann nicht abdeckst, der im Fehler drin bleibt. Was ist das Wichtigste an Partial Least Squares? Ähnlich wie bei der kanonischen Korrelation, erstmal zwei Gleichungen, wenn man so will. Wir betrachten unser XY-Problem erstmal als zwei separate Probleme. Das haben wir bei der kanonischen Korrelation gerade auch gemacht. Wir haben mal gesagt, gibt es eine Variable, eine Latente, die die Xs repräsentieren kann, gibt es eine Latente, die Y repräsentieren kann, eine erste. Und genauso ist es jetzt hier auch. Es gibt einen ganzen Satz, latente Variablen, T. Das sehen wir hier unten. Also wir hätten wieder ein Szenario X. Jetzt habe ich mal ein bisschen aufgefahren. Jetzt habe ich mal sogar 5 hingemalt. Einfach nur, um euch zu zeigen, auch das könnte der Fall sein. In einem hochdimensionalen Raum seien 5 Variablen X, die wir gemessen haben. Und dort legen wir jetzt hinein, sozusagen, zwei, und das ist noch ganz wichtig, das ist ähnlich wie gerade mit den Us und Vs, da waren die ersten, wenn wir mit den ersten fertig sind, waren die zweiten, die dann resultieren, auch orthogonal zu den ersten. Und hier ist das jetzt gleich mal so eingezeichnet, in Partial Least Squares. Ich lege da mal zwei orthogonale Variablen rein. Die sind latent. T1 und T2, die habe ich nicht gemessen. Die lege ich da aber so rein, dass da jetzt viel Varianz, zum Beispiel von dem X2, hier drauf projiziert wird. Man könnte sagen, ich brauche quasi von X2 ein bisschen T1 und ziemlich viel von T2. Und so mische ich mir sozusagen wieder als gewichtete Summe zusammen Regressionsgewichte, sage ich ruhig mal, oder Gewichte, die stehen dann in dem P drin, das sehen wir hier gleich, mit diesen, von mir zu wählenden latenten Komponenten. Und hier drüben in dieser Rechnung, das ist mehr so was, was man daheim vielleicht nochmal durchgehen kann, das ist einfach nur, damit man genau sieht, wie groß sind diese Vektoren und Matrizen eigentlich. Da seht ihr so ein kleines L, das ist nicht etwa eine 1. Und dieses L steht auf diesem Slide bei den Partial Least Squares für die Anzahl der latenten Variablen, die du extrahieren möchtest. Also bei kanonischen Korrelationen war es gerade so, da haben wir eigentlich das, erstmal haben wir nur ein Paar gesucht und dann waren wir eher ein bisschen genervt, dass es noch ein zweites geben kann. Hier ist es jetzt so, wir machen es explizit von vornherein, wir sagen, wir suchen zum Beispiel 2, wir wollen die 5 mit, gucken mal, ob es gut wird, wenn wir es mit 2 Komponenten repräsentieren. Das heißt zum Beispiel, dieses T hier, wo sind wir? Entschuldigung, doch hier, dieses Graue, das wäre sozusagen zum Beispiel 100 Beobachtungen mal 2 latente Variablen und dann brauche ich als Gewichte sozusagen, brauche ich quasi 5 Gewichte, ich muss nämlich fragen, wie meine 5 Variablen auf diese 2 Komponenten projizieren quasi. Das sind die Gewichte, die in P drinstehen und das sieht ja eigentlich verdammt wie eine Regression aus sozusagen. Nur halt ein bisschen, ja, genau, dieser Teil sieht eigentlich komplett wie eine Regression aus, nur dass wir halt hier draußen eben 5 Variablen haben und in dem Y-Bereich, da seht ihr genau das Gleiche, das sind jetzt nur die, ich habe halt andere Buchstaben dafür nehmen müssen, da ist es Y, die latenten Variablen, die Ys repräsentieren sollen, heißen U und dann gibt es noch ein paar Regressionsgewichte, die heißen Q. So, und dann könnt ihr euch das hier sozusagen so zusammenpuzzeln. Was, das Wenige, was ihr über Matrixrechnung wisst, könnt ihr hier auch anwenden. Was wissen wir über Matrixrechnung? Dass die inneren Dimensionen von zwei Sachen, die ich multiplizieren will, die müssen immer zusammenpassen. Wisst ihr das noch? Ich wiederhole es hier sehr gerne einmal. Also sprich, ich kann etwas, das 100 mal 2 groß ist, mit etwas multiplizieren, was 2 mal 5 groß ist. Das sollte dann etwas rauskommen, was 100 mal 5 groß ist. Das innere Produkt, das haben wir hier bei der, als wir ein bisschen Matrix-Algebra so ein bisschen eingeführt haben, haben wir das mal gesehen. Und das wird hier gewahrt. Auf der anderen Seite habe ich es auch so. Also das ist natürlich dann auch so, dass ich hier auch zwei Komponenten habe. Also ist L hier auch 2. Das ist das gleiche L sozusagen. Und P ist aber die Anzahl Variablen Y. Die ist ein bisschen niedriger. Das sind nur 4. Da habe ich also 100 mal 2. Wird mit etwas gewichtet, was 2 mal 4 groß ist. Da kommt etwas raus, was 100 mal 4 groß ist. Und jetzt kann ich als Grundidee von Partial Least Squares kann ich jetzt sagen, okay, finde mir diese Ladungsmatrizen sozusagen, also diese in unseren Worten Regressionsgewichte, P und Q so, dass die Kovarianz zwischen den latenten Variablen in U und T maximal wird. Und wenn ihr da jetzt nur so Montagmorgen drauf schaut, dann merkt ihr gerade, dass die kanonische Korrelation extrem eng verwandt ist mit dem Partial Least Squares. Denn das Ziel bleibt quasi das gleiche. Finde ganze Sets von latenten Variablen, einmal im X-Bereich und einmal im Y-Bereich, die dann miteinander eine hohe Kovarianz aufweisen. Konkret ist es so, dass im Partial Least Squares die Varianz quasi maximiert werden soll. Und in der kanonischen Korrelation, wie der Name auch sagt, ist ganz genau nur um den Winkel, also den Kosinus des Winkels geht, was ja die Korrelation ist. Aber das ist natürlich trotzdem extrem verwandt, so wie Kovarianz und Korrelation natürlich quasi sehr verwandt sind. Und jetzt könnt ihr mal zwischenfragen, warum würden wir das überhaupt machen wollen? Also zum einen, es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist, eine ganz normale Regressionsanalyse, die hilft euch einfach nicht weiter, wenn Y multivariat ist. Wenn Y mehrere Variablen hat, hatten wir bisher gar kein Werkzeug dazu. Partial Least Squares oder auch kanonische Korrelationen sind die ersten Werkzeuge, die wir dafür überhaupt kennenlernen. Fast ein bisschen wichtiger ist aber, dass beide Verfahren sehr gut dazu geeignet sind, die, kleiner Tippfehler, Multikolinearität, die ich in so einem Satz Variablen natürlich oft habe, die war ja bisher in der Regressionsanalyse für uns eher ein Problem. Wir wollten keine Multikolinearität zwischen unseren X-Variablen haben. Hier benutzen wir die. Hier sagen wir, das ist gut, wenn da Kolinearität zwischen den Variablen ist, denn dann kann ich sie eigentlich vereinfacht ausdrücken durch einen kleineren Satz latente Variablen. Dann ist echt was gewonnen, weil ich zum Beispiel nur noch statt mit 60 EEG-Elektroden, die ich jetzt in meine Regression einspeisen müsste, vielleicht nur noch mit drei latenten Variablen zu tun habe. Das wäre ja quasi die Grundidee. Wir können als kleinen Vorgriff auf die echten Strukturgleichungsmodelle und die Faktorenanalyse mal sagen, wie sieht denn das, was wir jetzt besprochen haben, in dieser bei Sozialwissenschaftlerinnen besonders beliebten und Psychologen beliebten Darstellung eines Pfaddiagramms aus? Ich kann einfach mal sagen, wie mal ich, was machen wir denn gerade eigentlich? Was wir gerade machen ist, wir haben jeweils Sets von manifesten Variablen, hier sind es jetzt mal 2x, 2y, aber wir haben gerade gesehen, es können auch 5x und 4y oder 60x und 5y sein. Diese nehmen wir und finden eine, zum Beispiel bei der kanonischen Korrelation, eine erste latente Variable, Kreis, bei der kanonischen Korrelation heißt es die first canonical variant, für x und das gleiche machen wir auf der y-Seite und jetzt können wir quasi mit einem doppelspitzigen Pfeil, das ist was, was es in den klassischen DAGs ja auch nicht gäbe, aber bei den Strukturgleichungsmodellen gibt es viel, da ist es sehr beliebt, dass man solche ja, Kovarianzen oder Korrelationen quasi als ein doppelspitziger Pfeil ausdrückt, dass ich hier sage, wie ist die Beziehung zwischen den beiden. Wenn ihr so wollt, ist das also unser erstes Pfaddiagramm jetzt mal für einen Fall mit latenten Variablen. Kurzes Innehalten, kurzes Durchatmen, was sind die drängendsten Fragen bis hierhin, falls es welche gibt. Könnt ihr eine formulieren? Probiert es mal. Klausuraufgabe, formulieren Sie eine Frage. Ja. Ja, gerne. Dann korrelier ich einmal Regressoren untereinander und korreliere einmal die Outcomes untereinander. Wenn man so will, korrelieren untereinander jetzt als hemmsärmlicher Begriff für finde eine Variable, die sie gut repräsentiert gemeinsam. Ja, mhm. Und diese beiden zusammengeführten Variablen aus Outcome und die Größen kombiniert die auch wieder miteinander. Genau. Also dieses U, was ja die X repräsentieren soll, das habe ich so gewählt, dass es die X möglichst gut repräsentiert und dieses V, was ich so gewählt habe, dass es die Y repräsentiert, die korreliere ich miteinander. Andersrum wird natürlich ein Schuh draus. Eigentlich wird es so gemacht, finde V und U so, dass deren Korrelation maximal wird und sie aber auch noch gut die X und die Y repräsentieren. Ah, und wenn die die gut repräsentieren, dann gehen wir davon aus, dass wir halt zusammengefasst werden als eine Leitende Variable. Genau. Das ist, sagen wir mal, also, mathematisch kann ich das immer machen. Ich kann immer aus drei Vektoren oder fünf Vektoren eine Art resultierenden Vektor ausrechnen. Das kann ich immer machen. Aber die Frage ist ja, hat der Länge? Erklärt der Varianz? Ist das eine gute Repräsentation? Und eine gelungene kanonische Korrelationsanalyse würde sagen, schau mal, ich habe ein erstes Paar U und V gefunden, die sind ganz schön gut korreliert, sag ich jetzt mal Punkt 4. Und die habe ich gefunden, die korrelieren immerhin mit Punkt 4 und die sind jeweils die beste Repräsentation von X und Y ihrerseits. Und wenn es ganz gut läuft, ist es jetzt auch noch so, dass danach es ging ja immer weiter, haben wir gesagt, danach kommen nur noch kanonische Variatenpaare, die dann ganz wenig Varianz aufklären oder die auch nicht mehr korreliert sind. Die haben keine Vektorlängen mehr und die sind am besten auch nicht mehr korreliert miteinander. Viel. Das wäre sozusagen ein gelungener Outcome. Und eigentlich alles, was wir gerade gesagt haben, könnten wir so, weil wir sowieso so ein bisschen mit der Terminologie es etwas locker gerade nehmen und mehr auf Verständnis angelegt sind. Das gleiche hätten wir gerade über die Partial Least Squares eigentlich auch sagen können. Bei den Partial Least Squares wäre genauso das Ziel gewesen, latente Strukturen zu finden. Da ist jetzt nur der Schwerpunkt nicht so auf so einem Paar. Da könnten wir auch gleich sagen, wir haben eine tolle Beschreibung gefunden aus einer latenten Variable für die X und zwei latenten für die Y. und die gemeinsam bilden ein gutes Modell. Die haben hohe Kovarianz und die ihrerseits sind dafür zuständig, die X- und die Y-Variablen zu repräsentieren. Genau. Also haben Sie eigentlich so den GIST dieser Methoden haben Sie damit sehr gut nochmal zusammengefasst, finde ich. Die eigentliche Take-Home-Message ist die sozusagen. Also was haben wir bis jetzt gesehen? Das ist das Stand eigentlich schon auf dem ersten Slide. Ich sage es nur nochmal explizit, weil es uns eben auch weil es auch nicht mehr weggeht, weil es für jede Strukturgleichung, die noch kommt und für jedes faktoranalytische Modell gilt. Latente Variablen haben also mich hat das damals ein bisschen umgehauen, muss ich sagen, als ich angefangen habe, dieses Modul zu lehren. Das ist vielleicht jetzt wieder, dann sagt ihr wieder, was Herr Obleser alles begeistert. Aber ich fand es wirklich, ich hatte ein bisschen so einen Heureka-Moment damals, als ich gemerkt habe, also als Student fand ich latente Variablen, ja, so latent, so Intelligenz und so, ja, ja, okay. Und jetzt, ja, ich verstehe schon, wir messen da irgendwas. Aber irgendwann fand ich das sehr eindrücklich, dass man sagt, latent heißt nichts anderes, als, ja, ich drücke es eben nur als Linearkombination des Gemessenen aus. Aber deshalb ist es einfach nicht weniger reell oder so, als das, was ich gemessen habe. Das ist einfach eine Art, was Latentes zu repräsentieren, heißt, ich gewichte das, was ich gemessen habe. natürlich ist es dann, der Teufel steckt in den Detail, ich muss immer diese Regressionsgewichte adäquat finden, oder diese Gewichte, aber eine latente Variable Eta ist nichts anderes, als eine Linearkombination von gemessenen Variablen. Und wenn es eben gut funktioniert, dann bekomme ich auch viel Vektorlänge, bekomme viel Gemeinsam und meine Repräsentation. Für den letzten Teil der Vorlesung heute möchte ich eigentlich fast nochmal einen Schritt zurücktreten. Ich möchte jetzt noch die Hauptkomponentenanalyse gerne einführen. Und da machen wir jetzt folgendes. Für die Hauptkomponentenanalyse vergessen wir jetzt mal dieses x auf y Problem, dieses Regressionsproblem, dieses Erklärproblem, sondern wir beschäftigen uns eigentlich ein bisschen mit ein bisschen mehr Detail mit dieser Frage, wie mache ich denn das, dass ich einen Satz Variablen, also wir können jetzt ab jetzt mal nur über x sprechen, aber vielleicht ist x noch ein bisschen größer, vielleicht sind es nicht nur 5, vielleicht sind es 100 Variablen x oder sowas. Wie macht man denn das, dass man so einen Satz x, äh, Variablen Satz x, Großfett x sozusagen, dass man den eindampft, sage ich mal in meinen Worten. Es geht eigentlich bei diesen struktursuchenden Verfahren und die Hauptkomponentenanalyse ist halt da das Verfahren schlechthin, letztlich um das, um, 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 das Eindampfen von Dimension. Ich habe hochdimensionale Probleme, die ich mir selber geschaffen habe, üblicherweise durch Messungen, ja, zum Beispiel, indem ich einen Neo-FFI verabreicht habe, der hat halt eben, weiß nicht, 60 Items, wenn es reicht, äh, oder sonst was, ja, ähm, damit ist, damit habe ich ein hochdimensionales Problem geschaffen. Ich habe 300 Leute oder 600 Leute, ähm, damit in einem 600-dimensionalen Raum habe ich 300 Vektoren oder, sagen wir mal, 60 Vektoren reingestellt, indem ich 60 Items, ähm, äh, gemessen habe. Diese, diese 60 Vektoren, das ist jetzt das Orange da oben, diese 60 Vektoren Herr zu werden, das wäre jetzt die Frage, wie kann ich das, wie kann ich das machen? Ja. Ich habe noch mal eine Frage vor, ähm, Kondiniarität. Ja. Ja. So ein bisschen so, wie es hier gezeigt ist, da, genau. Okay, und das ist genau das, was wir versuchen, um herauszufinden. Also wir versuchen ja, was unserer Komplexe, so einfach wie möglich zu machen. Genau. Das schreibe ich ins Modulhandbuch. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe, ich habe es jetzt auf, man hört es immer so schlecht auf Video, was Ihnen wahrscheinlich recht ist, aber Sie haben gesagt, etwas Ultrakomplexes so einfach wie möglich zu machen. Ja, indem ich versuche, das mit wenigen, äh, Variablen zu beschreiben und die wiederum viele Variablen beschreiben, die sich ähnlich sind. Genau. In dem Fall. Die Welt ist doch irgendwie schöner, wenn ich mich nicht mit x, y, z rumschlagen muss, die auch noch hoch korreliert sind, sondern mich stattdessen ab jetzt mit eta rumschlagen kann. Das wäre die Idee. Beim Struktursuchenden-Verfahren, ja. Das, genau. Also das wäre, ich versuche gerade, mein Leben einfacher zu machen. Hochkomplexe Dinge so einfach wie möglich ausdrücken, mathematisch ausdrücken, um dann mit diesen einfacheren Problemen weiterarbeiten zu können. Uns ist auch klar, dass das nicht immer gleich gut geht, sozusagen. Ja, aber jetzt gerade in diesem Fall, das ist doch, eigentlich ist das ein schöner Graf hier, Slide 29, weil, nochmal, bevor ich heute angefangen habe, mit euch drüber zu reden, hättet ihr gesagt, Huch, Multikolinearität, Riesenproblem, sind ja alle total korreliert. Wie wollen Sie da überhaupt eine Regressionsanalyse mitmachen, Herr Oblese? Und jetzt sage ich, ich mache sozusagen das, was eigentlich in meinem, was eigentlich wie ein Problem klingt, ist eigentlich ein Riesenvorteil für mich. Nämlich, dass es eine gemeinsame Struktur gibt. Und genau das, weil ihr immer auch gerne Beispiele und Use Cases wollt, genau das ist eben der Use Case von einer PCA oder auch von mir aus von einer kanonischen Korrelation, dass man in solchen Fällen jetzt nicht verzweifelt und sagt, die sind ja alle so hoch korreliert, da kann ich nur jeweils eine ins Modell nehmen, sondern sagen, nee, nutzt es doch. Jede dieser drei Variablen hat ein bisschen Messfehler. Ja? Denk, drei Items oder sowas, ja? Oder drei unabhängige und eben nicht unabhängige, drei verschiedene Maße, die ihr in der Klinik erhoben habt. So, jedem, jedem traut ihr so ein bisschen. Wenn die aber so hoch korrelieren, dann bist du mit einer latenten Variable, die das repräsentierte, irgendwie besser beraten. Ab jetzt. Ja, gerne. Wenn das so was ist, wenn man in der Struktur eine extra Version nimmt, dann sagt extra Version aus fünf Eifel. Genau, genau. Absolut. Das sehen wir dann nach Weihnachten, wenn wir Faktorenanalyse mal kurz explizit als eine Art Spezialfall der Strukturkleichungsmodelle angucken, sehen wir genau das. Genau, genau. Also, was ich hier in orange geschrieben habe. 60 Items. Ich denke mir, der Neo-FFI hat 60 Items. Vielleicht stimmt es auch nicht. Aber der Neo-FFI ist der klassische Fragebogen, mit dem ich diese fünf, die Big Five ganz gut messen kann, die auch mit ordentlich Items gemessen werden. Aber dann sage ich vielleicht, stecken da drin vielleicht drei, was wir als Psychologinnen und Psychologen dann Skalen nennen, sozusagen, ja? Was sind Skalen dann eigentlich? Skalen sind dann eigentlich auch Linearkombinationen aus diesen Items. Ich weiß, ich nehme die neun Items, ich gewichte die mit einer sogenannten Faktorladung und die laden dann auf eine latente Variable und das ist dann der Faktor. Und dann das klassische psychologische Problem. Wie heißt die? Da kann ich sie nicht einfach Eta nennen oder U, sondern da muss ich mir halt überlegen. Da muss ich sagen, aha, dann kommen inhaltliche Erwägungen, dass ich sage, aha, das könnte so was wie Extraversion sein. Und da wollen wir das nicht zusammenladen und dann das dann funktionieren. Genau, weil wir uns lieber hochkomplexe Dinge einfach machen, lieber mit drei Dimensionen rumschlagen als mit 60. Ich kann Ihnen versprechen, dass das Costa und MacCray Paper nicht so erfolgreich geworden wäre, wenn es gehießen hätte, 60 Dimensionen der Persönlichkeit. Jetzt waren Sie, glaube ich, zur nächsten, dann Sie nochmal, ja? Und da ist die Schwerfrage dann nicht so viel die Vektoren von einer Skala oder die Einzelne weiterzuteilen in eine Richtung oder ein bisschen in die andere, die dürfen auch negativ korreliert sein, genau, aber dann haben Sie trotzdem eine gemeinsame... Sie haben viel kapiert gescheinend mir. Also, ist super, freut mich. Genau, und dann hatten Sie noch eine Frage oder einen Kommentar? Ja, wenn ich was sehr einfach mache, dann müsste ich ja auch anders als jetzt bei der Multifilmessor oder so, müsste ich ja auch anders die Modell noch andere schätzen. Also, das ist eine ganz andere Anzahl. Ja, aber ja nicht mehr. Ja, eher weniger. Also, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt so verstehe. Das ist so ein Statement. das ist, worauf wollen Sie genau hinaus? Wollen Sie genau hinaus, wie man das jetzt macht? Ja, kann man sich so vorstellen. Also, klar, das ist eine, das sehen wir auch gleich nochmal so eine Gleichung. Also, ich denke immer, jede dieser Linearkombinationen, das ist das gleiche, was in rechterseits in der Regression passiert, oder? Ich drücke ein paar Variablen, ich summiere ein paar Variablen, aber vorher gewichte ich sie jeweils noch ein bisschen. So gehen resultierende Vektoren sozusagen. Genau. Und, wenn wir das mit einem Satz, mit einer Variable Y machen, dann versuchen wir, die als Linearkombination der X-Variablen auszudrücken. Danach liegt sie auf jeden Fall in dem Raum, den die X-Variablen aufspannen. Und jetzt gerade, ist kein Regressionsproblem im engeren Sinne, aber erstmal versuchen wir die Variablen untereinander. Wir versuchen ja auch, so eine gemeinsame, resultierenden Vektor zu finden, der ebenfalls in diesem Raum liegt. Aber erstmal, das Problem bleibt immer das gleiche. Ich brauche so viel Gewichte, wie ich Beziehungen sozusagen beschreiben will. Also wenn ich sozusagen sagen will, wie kommst du von X1 auf diesen Vektor, dann brauche ich dafür ein Gewicht. Wenn ich aber in einem kanonischen Problem irgendwie eigentlich da zwei da drüben, zwei Latente hier habe und eine Latente, dann muss ich eben sozusagen auch noch beschreiben, wie alle auf diese zwei Latenten projizieren. Das sehen Sie bei dem PLS, also Partial Least Squares, hier sehen Sie es nochmal ganz nett, wie dieses Orange, der orangene Block und der rote Block, das ist ja hier nur symbolisch, die Matrixgröße quasi angedeutet, wie die quasi ein bisschen anwachsen sozusagen. Sie können sich gerne als Fingerübung das nochmal für die ganz einfache lineare Regression daneben malen oder zurückgehen in Vorlesung 5 oder sowas, wo ich das mal gemacht habe. Da sehen Sie, da ist halt Beta einfach nur so ein Vektor, weil wir halt gesagt haben, ja gut, das sind halt K-Einträge für K-Regressor. Und jetzt wird es halt ein bisschen komplizierter, weil ich quasi auf mehrere Variablen gleichzeitig projizieren möchte, aber ich muss genauso so ein Regressionsgewicht finden. Gut, jetzt noch Hauptkomponentenanalyse. Vielleicht kurz, weil wir schon so viel über Items und Fragebögen geredet haben, das ist auch wichtig, das ist immer für mich der Anknüpfungspunkt, wenn es um Dimensionalitätsreduktion geht. Aber diese Verfahren, die wir jetzt besprochen haben und vor allem das, was wir jetzt gleich noch besprechen, kommt auch zum Einsatz, wenn ich eben ganze Domänen, sage ich mal, miteinander vergleichen möchte. Und das haben wir in der Psychologie, in der klinischen Psychologie genauso wie in den Neurowissenschaften sehr oft. Wir könnten sagen, wir haben eine Domäne, die könnte man vielleicht als Kognition oder so bezeichnen. Testergebnisse aller Art, ganz verschiedene Tests, die aber irgendwie untereinander, von denen wir untereinander glauben, dass sie den Probanden irgendwie repräsentieren. Und auf der anderen Seite vielleicht biologische Variablen, physiologische Variablen, hier habe ich einfach mal Gehirn geschrieben. Und das könnte dann auch schon wiederum beliebig komplex sein. Es könnte sein, dass man zum Beispiel mehrere Knotenpunkte hatte im Gehirn, die man per funktioneller Bildgebung beschrieben hat. Man hat da solche Bolt-Zeitreihen zum Beispiel oder so im Gehirn und zwischen denen rechnet man Konnektivitäten aus. Also das ist an sich schon wieder komplexe Datenanalyse, aber es sind auf jeden Fall, wenn man fertig ist, zu viele, um sie jetzt einfach so mit Kognition zu korrelieren. Oder man glaubt nicht, dass es besonders ergiebig sein wird, sehr viele Konnektivitäten aus dem Gehirn mit sehr vielen Testergebnissen auf der Kognitionsseite zu korrelieren. Also wäre es doch vielleicht gut, hier ebenfalls wieder jeweils eine Dimensionalitätsreduktion zu machen. Das, was also hier so beschrieben ist in Rot, ist im Prinzip ein Einsatzgebiet für eine kanonische Korrelation oder auch für eine Partial Least Squares. Und jedes Problem für sich, also wie mache ich aus 16 beobachteten Konnektivitäten im Gehirn, drei Latente. Das ist ein Thema für die Principal Component Analysis oder Hauptkomponentenanalyse, die wir uns jetzt noch anschauen. Und als allerletztes Beispiel auch noch, was immer mehr eine Rolle spielt, wenn ich Daten aufnehme, die ich eben nicht mehr mit meinem Fragebogen und auch nicht mit meinem MRT-Scanner aufnehme, sondern zum Beispiel Video- oder Audio-Daten, mit denen wir es ja auch immer mehr als Psychologinnen und Psychologen zu tun bekommen. die sind in sich zum Beispiel auch extrem hoch korreliert. Wenn ihr so ein Video-Frame habt, der besteht aus Tausenden von Pixeln und dann über die Zeit ändert sich da jeweils ein bisschen was, aber die Pixel sind untereinander natürlich total hoch korreliert, wie sie sich auch verändern in der Helligkeit und sowas. Wenn du aus sowas die Gesichtsmimik zum Beispiel rausziehen möchtest oder überhaupt irgendwie Bewegung, ich zeige euch nachher zum Abschluss heute ein kleines Beispiel von der Maus, dann ist ebenfalls eine Dimensionalitätsreduktion extrem angezeigt. Also Achtung, schnallt euch an für die Principal Component Analysis. Alles, was wir in der Principal Component Analysis besprechen, hat eine sehr, sehr enge Verwandtschaft, ebenfalls wieder zur Faktorenanalyse. Die Unterschiede sind erheblich, aber sind gleichzeitig liegen auch im Detail irgendwie. Also die Grundidee ist durchaus verwandt. Das Abgefahrene bei einer PCA, wie man auch sagt, oder Principal Component Analysis, ist folgendes. Und das ist erstmal komisch. Wir haben vorher, bevor wir anfangen, einen vielleicht p-dimensionalen Raum, den können wir µx nennen oder so. Das ist der Raum, den x, Entschuldigung, den p-unabhängige ein. Nochmal. Das ist der p-dimensionale Raum, den spannen die Vektoren x auf. Ihr seht hier in dem Graph, das ist aus Weekends wieder, keine Farbe, ihr seht ja vier Vektoren. Versucht mal mit dem bloßen Auge, wenn es geht, kurz nur die 2x zu sehen, sozusagen. Die 2x spannen einen Raum auf. Wenn die untereinander nicht perfekt kolinear sind, dann hat dieser Raum p-dimensionen, oder in dem Fall zwei Dimensionen. Das ist eine Ebene. Was macht eine PCA ganz grundsätzlich? Eigentlich überführt sie diesen Raum nur in einen anderen, ebenfalls zweidimensionalen Raum. Das ist das, was jetzt, jetzt habe ich so viel über Dimensionalitätsreduktion geredet und jetzt sage ich aber erstmal, die PCA macht das erstmal nicht. Die PCA macht, die erhält die Dimensionalität sozusagen, aber der Riesenunterschied ist, also wir wollen letztlich von diesen zwei Variablen x, die wir gemessen haben, auf diese zwei nicht gemessenen Variablen u, wir können da auch nicht auf 3 oder so gehen, wir gehen aber auch nicht nur auf eine, wir gehen genau auf gleich viele, wie wir Variablen hatten, aber Achtung, das ist das Abgefahrene, die sind jetzt orthogonal zueinander. Das heißt, wir gehen in einen neuen Raum, das steht nachher auf meinem Slide auch mal in Worten, wir gehen in einen neuen Raum, der gleich viele Dimensionen hat, wo alle Dimensionen aber wirklich orthogonal zueinander sind. Das zeige ich euch jetzt noch auf verschiedene Arten. Auf dem Weg dorthin machen wir aber erstmal gleich wieder unseren ältesten Trick, gewichtete Summe der Vektoren. Hier ist es ganz generalisiert schon für P-Dimensionen gezeigt, auch wenn hier nur zwei zu sehen sind. Wenn ich P-Variablen X habe, X1, X2, X3, X4, X5, X67, und dann Xp. Zum Beispiel Elektroden auf dem Kopf gemessen, gar nicht untypisch dafür. Könnten 64 unabhängige Elektroden sein. Ja? Nein. Weil alle, es gibt keine Information verloren. X1 wird genommen und zerlegt sich, wenn du so willst, in einen Beitrag, der auf U1 geht und einen Beitrag, der auf U2 geht. Du kannst wiederum sagen, die Information, die in X drin ist, die bleibt erhalten in so viel von U1 und so viel von U2. Für X2, das ist korreliert mit X1, machst du aber das gleiche, auch X2 wird einen, in einem gewissen Anteil auf U1 projizieren, Entschuldigung, ich habe es gerade für X2 schon erklärt, also für X1 ist es so und ein kleinerer Anteil, genau, das wäre dann so, ein kleinerer, negativer Anteil geht auf U2. Alle Information bleibt erhalten, nichts geht verloren und es gibt jetzt erst mal, das ist erst mal die Grundidee, es gibt sehr viel Kleingedrucktes, das würde ich aber erst mal fast nachziehen, ich drehe nur kurz nichts Schlimmes, ich springe nur kurz auf ein Slide weiter statt und mache den mit den Textdetails danach. Ich zeige euch tatsächlich einmal kurz einmal dieses Bild, man muss das mal mit bloßem Auge vielleicht gesehen haben. Jetzt versucht es grafisch darzustellen, was da passiert. Zehn Variablen X und das hat die PCA so ein bisschen gemein mit anderen Verfahren, also gemeinsam mit anderen Verfahren, die Grund, wir starten tatsächlich von dieser Matrix X transponiert mal X, das nennt man auch die Varianz, Kovarianzmatrix meiner Regressoren oder meiner Variablen, wir haben gerade, machen keine Regression, ich sollte sagen meiner Variablen. Die haben irgendwas miteinander zu tun. Ich habe quasi hier auf der Diagonalen dieser Matrix in Farbe kodiert die Varianz meiner zehn Variablen und ich habe hier auf der Diagonale neben der Diagonale in diesem unteren und oberen Dreieck, das ist komplett symmetrisch, bräuchte nur eins davon, die Kovarianzen. Das kennt ihr so, das haben wir in Statistik zweimal gesehen für drei Variablen, jetzt ist es hier halt mal für zehn Variablen. Und da gibt es Kovarianzen und das ist genau das, was Sie ja gemeint haben. Sie haben doch gesagt gerade, die haben doch was gemeinsam, manche Variablen, die sind doch die X1 und X2, die sind doch korreliert. Ja, genau, gerne. Das wäre sehr gut, wenn Sie das sind. Aber was machen wir? Wir projizieren diese p-dimensionale Matrix, also die hat ja die Dimensionalität p mal p sozusagen, zehn mal zehn. Die wird, man könnte auch sagen, rotiert in einen alternativen p-dimensionalen Raum, der aus orthogonalen Komponenten besteht und das sind diese sogenannten Hauptkomponenten. Derer gibt es so viele, wie der Raum Dimensionen hat. Wenn du zehn Variablen hast und die sind nicht perfekt kolinear, ich glaube, ihr habt bei Frau Thun zumindest die Coxys, gibt es Coxys hier heute? Das dachte ich mir schon, genau. Aber vielleicht, aber wahrscheinlich hat Frau Thun euch alle mit dem Rang einer Matrix genervt oder geärgert. Der spielt hier auch eine Rolle, das sage ich mal nur, damit ihr das auch mal wisst, wo das eine Rolle spielt. Wenn der Rang dieser Matrix nicht zehn wäre, dann kann ich, dann hat die PCA auch, dann gibt es nur noch neun Komponenten vielleicht oder acht Komponenten sozusagen. Aber wir gehen mal davon aus, die Matrix ist full rank, ist invertierbar, ich habe diese 10x10er Matrix hier. Die wird also transformiert oder rotiert eigentlich nur in einen alternativen p-dimensionalen Raum, in dem alle Dimensionen U jetzt orthogonal zueinander sind und das ist irgendwie schon so ein bisschen Magic, finde ich. Das heißt, man könnte, wenn man so will, kann man das sich mal so darstellen, wenn man fertig ist mit der PCA, wir wissen nicht genau, was da alles passiert gerade, aber wenn ich fertig bin, bekomme ich eine Varianz-Kovarianz-Matrix, wo zwei Dinge entscheidend sind. Erstens seht ihr das, die Diagonale, die enthält nach wie vor Varianzen, aber das sind jetzt Varianzen dieser Komponenten sozusagen und das ist extrem eng verwandt, wenn auch nicht ganz identisch, aber proportional zu, sollte ich sagen, zum sogenannten Eigenwert, das ist ein Wort, was man an der Stelle schon mal einführen kann, dem Eigenwert dieser Komponenten und das Tolle ist, dass die PCA, das hat wahrscheinlich Pearson, der hat die ursprünglich mal erfunden, der hat das schon so quasi, das ist der Art, wie die Komponenten gefunden werden, geschuldet. Die erste Komponente ist immer die, die am meisten Varianz sozusagen erklärt. Die hat den größten Eigenwert, wir können untereinander ja auch Deutsch reden miteinander, wir können sagen, die hat die größte Vektorlänge und dann steigt es monoton, fällt es ab bis zur Peten und das ist natürlich super, das heißt, wir können das dann, wir können das uns dann immer plotten, das sind dann die sogenannten Scree-Plots, die zeige ich euch heute aus Zeitgründen nicht, die gucken wir uns bei der Faktorenanalyse genauer an, das sind solche Plots, die diese Varianzen, aufgeklärte Varianz oder Eigenwerte der Komponenten abtragen und ganz wichtig, das ist die eigentliche Magic, die Komponenten untereinander sind, also orthogonal und wir haben hier überhaupt keine Kovarianzen mehr zueinander, wir können also sagen, wir haben etwas, was untereinander irgendwie korreliert war, hochdimensional, eingedampft, jetzt noch nicht in der Dimensionalität, aber eingedampft auf orthogonale Komponenten und das macht das Leben schon mal sehr viel einfacher. Ich gehe jetzt doch mal kurz zum Kleingedruckten zurück, das ist der Slide davor und sage also nochmal, erstens, wir verlieren keine Information, wir haben genau, die Komponenten spannen sozusagen denselben Raum auf, P-Dimension. Die PCA beschreibt auch durch ein paar Tricks genau die gleiche Variabilität. Man könnte sagen, die Gesamtvektorlänge aller Vektoren X, wenn ich da sozusagen die alle quadriere und aneinander hänge, das ist die sogenannte Norm, das ist sozusagen eigentlich so der resultierende, die resultierende Vektorlänge in X sozusagen, die ist genau gleich wie die resultierende Vektorlänge in U, nur kommen sie eben auf unterschiedliche Arten zustande. In U durch quasi orthogonale Beiträge und in X sozusagen sind sie eben korreliert gewesen, aber die Gesamtvarianz, die ich aufkläre, ist auch dieselbe. Das ist eigentlich das Gleiche, man könnte es auch als 1B bezeichnen. Selbe Information, selbe Variant. Aber eben drittens, ganz wichtig, alle Komponenten sind orthogonal zueinander und man könnte sagen, jede Komponente beschreibt sozusagen einen eigenen orthogonalen Subraum von unserem Originalraum Nü X. Genau, und das hatte ich gerade an dem anderen Bild schon schöner erklärt. Wir haben quasi das so, dass die erste Komponente die größte Vektorlänge hat, bezeichnet man auch als die erste Hauptkomponente, First PC schreibt man da manchmal auch und die ist sozusagen die wichtigste. Und dann kann es aber sein, dass die zweite auch noch sehr viel Variants aufklärt, die dritte auch noch. Für sehr viele Dinge in der Neurowissenschaft, in der Psychologie ist es aber eben so, dass du nicht P-Dimensionen brauchst, sondern du merkst dann letztlich an so einem Plot, das hier ist übrigens jetzt gar kein so schönes Beispiel, aber wenn ich euch ein echtes Beispiel mit Daten gleich noch zeige zum Schluss, das sieht man, man könnte eigentlich hunderte Komponenten haben oder der Raum hat erstmal hunderte Komponenten, aber die ersten sechs, die ersten fünf erklären schon 90% der Variants. Und dann sagt man, ja gut, dann arbeite ich doch im Weiteren bitte lieber mit sechs Komponenten, die 90% der Variants erklären, statt mit 100 Variablen oder so weiter. Bisschen strieze ich euch noch kurz, nochmal mit so einem, striezen hoffentlich nicht, also hoffentlich wird es dadurch ein bisschen klarer eigentlich. Es ist im Prinzip jetzt von mir gebaut, aber es ist mit dem kleinen Abschnitt in Tabachnik und Fidel nachempfunden. Wenn man sich fragt, was macht man hier eigentlich, dann sagt man nochmal, man startet in der PCA mit dieser Varianzkovarianzmatrix meiner Variablen X. X transponiert mal X. Wenn ich also zehn Variablen habe und 300 Leute, dann ist das quasi die X-Matrix, wie ich sie habe. Könnte ich gemessen haben, 300 Menschen, zehn Items oder 300 Menschen, zehn Variablen. Transponiert ist dann also zehn mal 300. Das kann ich miteinander multiplizieren. Das passiert hier. X transponiert mal X ergibt etwas, das zehn mal zehn groß ist. Gerade wie in unserem Beispiel oder wie in dem Bild, was ich euch schon gezeigt habe. So, die PCA-Lösung, wenn man so will, die sieht im Prinzip so aus, dass sie zunächst, hatten wir gesagt, keine Dimensionen verliert. Die Anzahl Komponenten M ist gleich der Anzahl Variablen P. Warum führe ich jetzt trotzdem einen neuen Laufindex oder warum eine neue Zahl M ein? Eben weil wir die PCA sehr oft zum Reduzieren der Dimensionen benutzen. Wir könnten also zum Beispiel sagen, wie sieht das Ganze aus, wenn ich nur die ersten drei M gleich drei Komponenten mitnehme. Eigentlich spuckt mir die PCA 10 aus. Ich entscheide aber nur, mit den ersten drei weiterzuarbeiten. Dann könnte es zum Beispiel so sein, dass ich sage, und das ist dann die eigentliche Formel dazu, ich habe eine Art Ladungsmatrix, die habe ich euch gerade, die habe ich euch eigentlich gerade dann visualisiert. Da war es noch die volle 10x10 Matrix. Jetzt produziere ich das auf die ersten drei. Und diese Ladungsmatrix, die hat also auf der Diagonalen die Eigenwerte, die sogenannten, einer pro Komponente. Und abseits der Diagonalen ist gar nichts. Da stehen also, dann würden jetzt hier nur drei Zahlen drin stehen. Und dann gibt es so einen Trick, das ist so ein Matrixrechnungstrick, den sieht man immer wieder, das ist so ein Sandwiching eigentlich. Die Matrix, die uns interessiert, diese Kovarianzmatrix, die bezeichne ich oft als, oder bezeichne Mann oft als Großsigma, die wird quasi gesandwiched in so einem Vektor V' und V, also das ist auch nur eine Matrix mit sogenannten Eigenvektoren. Ihr könnt euch vorstellen, das sind sozusagen die Richtungen dieser Komponenten. Wo liegen die Komponenten? Und in L sind sozusagen die Eigenwerte, also sozusagen, wie lang sind die Vektoren? Wir haben es also mit Vektoren und Vektorlängen quasi zu tun. Die Vektorlängen entspricht dem, was man als Eigenwerte bezeichnet. Und die Vektoren selber sind die sogenannten Eigenvektoren. Die wohnen hier in V drin. Das ist quasi die Operation, die man eigentlich durchführt, wenn man eine PCA macht. Man sieht an dem aber auch nochmal ganz schön verschiedenes. Also erstmal könnten wir hier das nochmal, wenn man keine Dimensionalitätsreduktion machen würde, dann wäre das auch eine 10 mal 10, das wäre eine 10 mal 10, das wäre auch eine 10 mal 10. Das war dann nicht so ergeblich als Beispiel jetzt. Deshalb habe ich gedacht, ich zeige es euch hier mal mit einer reduzierten Variante, mit nur noch drei Komponenten. De facto wäre es aber, erstmal ist die PCA, das sieht man an dem auch ganz schön, erstmal ist es eine Transformation. Es ist eine Überführung in einen anderen Raum, mit dem Unterschied, dass dort die Dimensionen alle orthogonal zueinander sind. Ich gehe mal noch als letztes sozusagen, es kommt nichts Neues mehr, nur um es noch ein bisschen plastischer vielleicht auch zu machen, gehe ich mal doch zurück zu dem, was wir als Psychologinnen und Psychologen am besten kennen, nämlich einen einfachen Scatterplot. Nichts mit Vektoren, sondern einfach, oder fast nichts mit Vektoren, sondern einen klassischen Scatterplot. Das ist eine Animation, die zeigen soll, wie eine Punktwolke, es sind zwei unterschiedliche Punktwolken, aber das Problem ist das gleiche, hier sind es noch viel mehr Punkte, wie diese blauen Punkte sozusagen auf die erste Principal Component, wir können auch sagen, laden sozusagen. Also wie ist jetzt die Beziehung der einzelnen Datenpunkte? Die einzelnen Datenpunkte bestehen ja sozusagen aus zwei Variablen. Das ist jetzt der klassische, ganz klassische Undergraduate Scatterplot, wie wir ihn kennen. Variable X, eine Variable Y. Diese hier in lila angedeutete Komponente, das wäre quasi die Richtung, sozusagen der Eigenvektor, der müsste in dieser Achse liegen, weil dort, quasi, das seht ihr auch, die Abstände quasi am kleinsten werden. Gerade dazwischen, das sieht man in der Animation so nett, jetzt zum Beispiel, hast du wahnsinnig große Abweichungen und große Abstände. Das heißt, als Lösung für die erste Eigenvariate wäre das nichts. Wenn wir das aber so machen, dass wir sagen, das ist lila, immer wenn ihr an der Stelle gerade, wenn ihr das jetzt gleich nochmal, guckt es euch nochmal kurz an, wertschätzt einfach nochmal kurz, wie jetzt alle roten Abweichungen jetzt kurz sozusagen so am kleinsten waren, summiert. Oder summiert und quadriert. Wenn man das natürlich macht, dann würde man sagen, okay, in der Richtung liegt also unsere erste Principal Component und wie lang ist die, das kommt eben auf die Daten an, sozusagen, also wie viel Varianz kann die aufklären. Das ist quasi die Vektorlänge und jetzt hatten wir gesagt, die zweite Komponente muss orthogonal zu ersten sein, das heißt, in dem Beispiel kann ich euch gar nichts anders zeigen, als zu sagen, die zweite Komponente muss dann so rum sein, wie lang die auch immer ist. Die ist nicht so irre lang, die erste ist definitiv länger, hat den größeren Eigenwert. Aber wir haben hier sozusagen nur die Möglichkeit, dass das hier die zweite ist. Und ganz zum Abschluss, weil ich das Paper so wahnsinnig gern mag, belästige ich euch mit etwas, das nichts mit Schizophrenie und mit Cannabis zu tun hat, wie sonst immer. Das kommt dann nochmal, wenn wir bei den SEMs sind, hoffentlich. Da suche ich noch nach einem schönen Beispiel. Aber ich zeige euch mal kurz, wie man so ganz praktisch eine PCA, also eine Dimensionalitätsreduktion, nutzen kann, um Videodaten zu Leibe zu rücken. Ich zeige euch daraus zwei Abbildungen, weil die erste sozusagen die Variante ist, wie man es vielleicht machen würde, wenn man keine PCA hat. Im gleichen Paper. Die Autoren haben zum einen eine Analyse gemacht, wo sie die, also die, die filmen die Maus quasi so, wenn die Maus, sie rennt da so umher und bewegt sich und dann trinkt sie da immer so einen Tropfen Wasser und wird dabei halt so hoch aufgelöst gefilmt. Und wie ihr wisst, die Nager haben quasi diese Whisker-Bewegungen und in dem ganzen Paper von Churchland von vor zwei, drei Jahren geht es eigentlich darum, wie Bewegungsmuster sich, also wie echte motorische Bewegung Hirnaktivität in Arealen beeinflussen kann, die jetzt keine klassischen Motorareale sind oder so, sondern in allen möglichen, visuellen Cortex zum Beispiel. In dem ersten Fall, das habe ich euch nur mitgebracht, weil ich gedacht habe, huch, da ist ja auch ganz viel drauf, was ihr schon kennt. In dem ersten Fall haben sie einfach quasi so eine Art alle Pixel hier genommen, die so den Whisker etwa einfangen sollten, wo der Nager hier, wo da Bewegung drin sein sollte und das kann man dann abtragen, dann sieht das etwa so aus. Das ist immer, wenn der mal kurz seinen Whisker bewegt, dann schlägt das hier so aus. Und das haben sie sozusagen genommen, ne, Entschuldigung, hier sind die Whisker Events, Entschuldigung, das ist immer ein Whisker Ausschlag. Und dann haben sie eine Regression gemacht, das heißt irgendwie Rich Regression, wenn noch Zeit ist im Januar, rede ich mal ganz kurz über regularisierte Regression, das ist Rich Regression, das ist quasi dieses kleine Tierchen hier drin, könnt ihr aber auch einfach heute absolut safe to ignore. Ihr sollt bitte hier sehen, was ihr schon kennt, ihr sollt von diesem Slide weggehen mit einem Gefühl von, kenne ich schon. Nämlich, das kenne ich schon, das haben die netterweise da mal in die Figur reingeschrieben, das ist ein lineares Modell. Und X sind die Whiskers, irgendwie so zeitversetzte Kopien, wissen wir jetzt gerade auch nicht, tut nichts zur Sache. Das sind die Whiskers. Aber das kennen wir, also X transponiert mal X, ist quasi diese sogenannte Varianz-Kovarianz-Matrix. Und dieser ganze Ausdruck, den kennt ihr auch, das ist eben klassische Matrix-Division, um an die Betas ranzukommen. Hier wird quasi diese Zeitreihe regressiert auf diese Whiskers. So, das war jetzt keine PCA, das war nur ein Zwischenspiel. Jetzt kommt noch ein Slide PCA und dann ist Feierabend. Was sie auch gemacht haben ist, sie haben das ganze Video genommen, den ganzen Frame mit den letztlich wahrscheinlich tausenden von Pixeln so hoch aufgelöst, wie das gemacht ist. und haben darauf eine PCA gemacht. Nach allem, was ihr jetzt über die PCA wisst, wisst ihr, dass eigentlich sie auch so viele Komponenten hatten wie Pixel, also auch hunderte mindestens oder tausende. Aber, sie plotten uns hier Anzahl Komponenten, die gemeinsam wie viel Varianz nicht erklären können. Bisschen kompliziert ausgedrückt. Man hätte hier auch einfach schreiben können, wie viel Varianz können die überhaupt aufklären. Dann sieht man, die erste Komponente kann schon 1 minus 45, also 55% der Varianz in so einem Video kann durch eine Komponente aufgeklärt werden. Das könnt ihr euch jetzt ein bisschen, erinnert euch an diesen Scatterplot. Das ist also so, wenn sich global die Maus einmal so in dem ganzen Video bewegt sozusagen zum Beispiel, dann haben alle Pixel einen starken gemeinsamen Anteil sozusagen. Und das bildet eine erste Komponente schon sehr stark ab. Sehr viel Varianzaufklärung. Die zweite muss weniger sein, das haben wir gesagt, die PCA spuckt die Komponenten immer geordnet ab, also das muss runtergehen. Aber die Frage ist, wann ist es so weit unten, dass ich sage, jetzt reicht es mir. Und die haben zum Beispiel gesagt, ich habe hier mit 6, 7, also sie schreiben im Text genau mit, bei 8 ist der Cutoff, sie plotten hier dann aber 6. Also irgendwo in dem Bereich bei 6, 7, 8 Komponenten habe ich 90% dieser Video-Varianz erklärt und dann ist es doch ab jetzt viel schicker mit 6 zu allem Überfluss auch noch orthogonalen Komponenten. I mean, how great can it be? Du hast orthogonale Regressoren jetzt und mit denen gehst du jetzt los auf deine Hirndaten los und guckst, mit was korreliert im Hirn die erste Dimension, diese globale, nicht so viel, wie war es die zweite, wie war es die dritte, bis zur sechsten sozusagen. Und ich kann dann auch noch full circle wieder zurückgehen, denkt an den Scatterplot und kann fragen, okay, jeder einzelne Pixel im Video, der wird auf alle Komponenten ein bisschen projiziert und trägt so sozusagen bei, aber ich kann dann schon auch fragen, wie viel trägt jeder Pixel zur Gesamtvarianz sozusagen in der Hirnaktivität dann da drüben bei, das kann ich quasi rückrechnen und dann sieht man eben auch, dass es wichtigere und unwichtigere Pixel gibt und die wichtigeren Pixel sind sozusagen die, die den Umriss dieses ganzen Tieres quasi abbilden, vielleicht das Auge noch ein bisschen, weil die machen auch die Varianz in so einem Video sozusagen, wenn die sich sozusagen so zusammen bewegen. Das wollte ich euch also nur als eher Techie-Beispiel mitbringen, wie man eben eine PCA ganz, ganz oft einfach ganz praktisch benutzt, wenn man sagt, ich muss diese Dimensionalität dieser Daten kleiner kriegen quasi. Dies wäre mein Schlusswort, wir sind auch über die Zeit, wenn es Fragen gibt, die ich nicht beantworten kann, ist es so, dass es alles in Deutsch und streng und gründlich hier drin steht und in sehr intuitiv, aber dann auch nicht so nachvollziehbar, was die Mathematik angeht, bei Wiccans für die Geometrie. Das Lawan-Buch brauchen wir eigentlich momentan noch nicht, das ist eher für nächste Woche, aus dem war aber diese Taxonomie, warum das alles Strukturgleichungsmodelle sind auf irgendeine Art und Tabachnik und Fidel kann ich euch so auch ein bisschen für die Praxis empfehlen, wenn ihr mal bei der Masterarbeit oder so ein Problem habt mit irgendwas, was in die Richtung geht, da sind auch Handreichungen drin, wie, na wie viel N darf es denn sein oder muss es denn sein, damit so und so viele Variablen noch verkraftet werden, etc. Sowas steht bei Tabachnik und Fidel am besten. Ich wünsche euch jetzt erstmal schöne Ferien, wir sehen uns in der Woche ab dem 9. Januar wieder, also am 12. Schriften oder sowas. Tschüss.